Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Serie zu Identity und Access Management. Heute mit Role-Based Access Control, kurz R-Bug. R-Bug oder Role-Based Access Control, wie wir es wahrscheinlich weiterhin nennen werden, ist ein unfassbar wichtiges Gesamtkonzept und wahrscheinlich das Konzept, wie Access Control in den allermeisten Unternehmen, Firmen, Websites und so weiter und so fort geregelt wird. Auch unter Linux haben wir eigentlich eine Role-Based Access Control und deswegen eignen sich hierzu einige Case Studies und ich habe auch schon ein paar Ideen, was ich machen werde, aber wir gucken uns zunächst einmal die Theorie an und wenn ihr Vorschläge habt, welche ihr am liebsten sehen wollt, dann dürft ihr mir das auch sehr gerne sagen. So, jetzt was ist eigentlich Role-Based Access Control? Der Name sagt es schon eigentlich rollenbasierte Zugriffskontrolle, rollenbasiert vor allem. Das Problem, das wir haben, sieht so aus. Wir haben eine unfassbare Menge an Usern, im Zweifelsfall, schaut euch die Bootstrap Academy an, wir haben einige tausend Registrierungen und wir haben einige tausend Videos. Um genau zu sein, habe ich ja allein schon über zweieinhalb tausend Videos gemacht und nicht nur meine Videos, aber hauptsächlich, aktuell zumindest noch, meine Videos sind auf der Academy zu finden. So, wer darf worauf zugreifen? Schwierig. Naja, wenn ich jetzt jedem User einzeln, Nutzer und User zusammen, Nuser, wenn ich jedem User einzeln Zugriff auf die Dateien gebe, dann wird es ein bisschen seltsam. Was ich stattdessen mache, ist, ich nehme normalerweise Rollen, damit das Ganze ein bisschen einfacher ist, weil die Grundidee ist ja schon mal sehr charmant. Wir haben eigentlich sehr viele User, die sich eigentlich auch die Rechte teilen und die dadurch sehr, sehr ähnlich aussehen. Und man kann das eigentlich so illustrieren, indem man hier sagt, hey, wir haben eigentlich ziemlich direkt solche Rollen, die ich einnehmen kann und alle User mit der blauen Rolle bekommen Zugriff auf die blauen Dateien. Alle User mit der gelben Rolle bekommen Zugriff auf die gelben Dateien und alle User mit der orangen Rolle bekommen Zugriff auf die orangen Dateien. Und natürlich kann ich hier so viele Rollen machen, wie ich möchte, so viele wie für mein System eben passen. Und ich kann hier auch sehr feingranular entscheiden, wer worauf Zugriff bekommt. Hier gibt es natürlich unfassbar viele Geschmacksrichtungen, je nachdem, passt etwas anderes für eure Anwendung oder für diese eine Anwendung besser als was anderes. Wir gehen gleich noch kurz ein bisschen genauer drauf ein. Solche Rollen sind relativ klassisch gesehen, sowas wie die Administratorrolle, der User, der Moderator. Und die sind offensichtlich benannt oder auch ausgewählt nach Funktionen innerhalb der Organisation. Und das ist was sehr, sehr Interessantes. Was genau machen eigentlich diese Benutzer und was müssen sie eigentlich auch machen. Und hier kommt jetzt eigentlich der Kernaspekt dieser rollenbasierten Zugriffskontrolle oder Zugangskontrolle zustande. Wir unterscheiden, was eigentlich die Funktion ist innerhalb der Applikation bzw. der Organisation, die wir gerade steuern wollen. Und das lässt sich sehr, sehr weit denken, wenn wir uns das mal überlegen. Nehmt eine klassische Firma mit einem physischen Standort. Dann gibt es von mir aus das Chefbüro. Da hat eigentlich nur der Chef und vielleicht noch seine Assistenzkraft zutritt. Und das bedeutet, normalerweise wird eigentlich niemand da reinkommen, sprich der Zugang bzw. der Access zu dieser Ressource bleibt dem Chef verwehrt, ja. Und vielleicht noch dem Assistent. So, dann haben wir aber insgesamt das Gebäude, das ist für die Mitarbeiter offen. Und dann haben wir vielleicht noch einen Kunden oder vielleicht für die Mitarbeiter, eher das hier. Und dann haben wir vielleicht noch einen Kundenraum, der ist für alle offen. Da kann einfach jeder rein spazieren und der darf einfach benutzt werden. So, das heißt, was wir hier haben, ist, wir haben eine Gruppierung nicht nur von Benutzern, sondern wir haben ein direktes Mapping aus Benutzern und ihrer jeweiligen oder dem jeweiligen Ding, auf das sie Zugriff haben, ihrer jeweiligen Ressource. Und das ist sehr, sehr spannend. Wenn man sich das mal so überlegt, kann man das eigentlich überall finden. Wir finden das bei Firmen, wie ich es gerade gezeigt habe. Wir finden das bei Webseiten, bei der Bootstrap Academy zum Beispiel. Ich als Administrator habe natürlich Zugriff auf ein Administrator-Panel, wo ich zum Beispiel neue Kurs anlegen kann oder User verwalten kann oder E-Mail-Adressen ändern kann oder Coins zumweisen kann oder noch viel mehr. Das sind Sachen, die aber nur der Admin können sollte. Das sollte auch kein Moderator können. Während Moderatoren können gemeldete Inhalte löschen oder natürlich dann auch wieder freigeben, wenn die Meldung falsch war. Das können Moderatoren tun. Und User können zum Beispiel auf Kurse zugreifen. So, aber jetzt kann ein User ja nicht auf alle Kurse zugreifen, sondern nur auf die, die er gekauft hat. Das heißt, ein Kauf bei uns berechtigt dann am Ende so ein kleines, also grundsätzlich ist erstmal jeder Kurs kostenlos. Aber wir nehmen jetzt einfach mal an, wir haben einen Bezahlkurs und alle anderen Kurse sind kostenlos. So, dann haben wir eine Rolle User. Der kann auf alle kostenlosen Kurse instant zugreifen, aber nur, wenn er registriert ist, natürlich. So, dann haben wir also die Unterscheidung zwischen anonymer Benutzer und registrierter Benutzer. Der registrierte Benutzer hat also schon mal mehr Rechte als der unregistrierte Benutzer. Und dann gibt es vielleicht noch eine Rolle, die sagt gekaufter Kurs oder Kurskauf. So, und dann habe ich also Zugriff auf diesen gekauften Kurs. Und jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Wie machen wir das? Hat der User am Ende die Rolle User, also registrierter User und Kauf User? Habe ich als Administrator die Rolle Administrator und User? Das heißt, kann ich auch auf die Kurse zugreifen? Oder wie sieht es mit Moderatoren aus? Haben die verschiedene Konten, um ihre Moderator-Tätigkeit und ihre User-Tätigkeit durchzuführen? Das sind Fragen, die ihr euch stellen müsst. Da gibt es verschiedene Modelle. Denn es kann durchaus sinnvoll sein, wie zum Beispiel unter Linux. Ähm, da muss ich mich nochmal separat eigentlich anmelden. Technisch gesehen, wenn ich spezielle Administrator-Tätigkeiten machen möchte. Ähm, und ja, jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wie modelliere ich das Ganze? Und dazu gibt es ein paar wichtige Prinzipien. Die will ich euch auch hier mal ganz kurz noch demonstrieren. Ähm, wir haben die Prinzipien, es sind vier an der Zahl, Least Privilege. Least Privilege bedeutet so viel wie, so wenig Rechte wie nötig. Ja, also wenn ich, oder wie möglich besser gesagt, ähm, wenn ich einem Nutzer Rechte entziehen kann, sollte ich das immer tun. Das heißt, wenn der User, also bei uns auf der Academy jetzt, wenn der User nicht die Rechte braucht, um zum Beispiel E-Mail-Adressen von anderen Benutzern ändern zu können, sollte er das auch nicht können. Weil, naja, ist schon ein bisschen gefährlich. Ist relativ eindeutig, aber grundsätzlich ist, je mehr Rechte man entzieht, immer sicherer. Least Privilege ist eigentlich so ein Grundsatzthema der Identity und Access Control. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall immer drauf gehen. Und dann haben wir Separation of Duties. Und Separation of Duties ist ein kleines bisschen schwierig hier an der Stelle. Was ist denn meine Duty? Meine Duty ist eigentlich immer eine Rolle in meiner Organisation. Das heißt, in Separation of Duty sagt man im Endeffekt, wenn der Moderator zum Moderieren eingeloggt ist, dann sollte er nicht das machen können, was ein Administrator kann. Er sollte nur das tun, was ein Moderator kann. Das heißt, man trennt diese Räume. Man hat dann am Ende vielleicht zwei Accounts oder kann umschalten zwischen einem Administrator-Dashboard und einem Moderator-Dashboard. Das heißt, man muss dann sozusagen sich an zwei verschiedenen Stellen einloggen. Und der User dann nochmal separat auf vielleicht der Hauptplattform. Genau. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Das nächste Prinzip ist noch ein kleines bisschen spannender. Das ist das Dual-Control-Prinzip. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Man braucht zwei Personen, die in eine kritische Aufgabe involviert sind. Das heißt, zum Beispiel könnte man hier sagen, wenn ich eine wirklich hohe Transaktion habe, also zum Beispiel ich muss Geld überweisen, wenn ich so eine große Transaktion habe von sagen wir mal 50.000 Euro, die ich überweisen muss, dann brauche ich dazu zwei Personen, die beide ihre Rechte geben. Das muss ich in meiner Access-Control modellieren. Das heißt, ich brauche zwei Rollen in dem Fall, die beide erfüllt sein müssen. Zum Beispiel zwei Administrator-Rollen und dann Administrator und ein Moderator. Das ist das Dual-Control-Prinzip. Und hier kann man sehr viele Möglichkeiten noch wieder gehen. Also ich meine, es gibt nie nur eine Lösung. Deswegen stelle ich euch hier die Prinzipien vor und nicht die Lösung, weil es immer individuell ist. Eine einzelne Person kann halt eben Fehler machen. Das ist immer so. Und zwei Personen können halt weniger Fehler machen, beziehungsweise es passiert deutlich seltener. Wir haben das auch tatsächlich vor allem bei CA's, also bei Certificate Authorities passiert das. Wenn die Schlüssel irgendwas mit ihren Schlüsseln machen, mit ihren Private Keys und sie sind wirklich wichtige CA's, dann braucht man da zwei Leute, die unabhängig in verschiedenen Räumen gleichzeitig das Ganze machen. Hier haben wir auch eine Art Access-Control. Das heißt, wir haben eine Access-Control und zwar wird diese Access-Control durchgeführt, indem wir dieselbe Rolle für beide haben. Also beide sind dann zum Beispiel hier Admin des Schlüssels. Das heißt, die dürfen mit dem Schlüssel interagieren. Aber wir verlangen einfach von der Ressource, dass zwei Admins da sind. Das kann ich in der Ressource modellieren und kann sagen, das darf nur gemacht werden, wenn ich von beiden Admin oder von zwei von X-Admins oder drei von X-Admins, könnt ihr machen, wie ihr wollt, den Zugriff bekomme, unabhängig davon. So, das kann ich darin auch modellieren. Und bei denen sieht das dann wirklich so aus. Die laufen in einen Raum rein, wo sie vorher ihre Iris scannen müssen, wo sie vorher alles Mögliche machen müssen. Und dann sind sie da drin. Und dann, wenn beide drin sind, müssen sie beide auf den Button drücken. Dann passiert irgendwas. So, das ist so die höchste Form. Aber ja, Dual-Control kann man auch natürlich für andere wichtige Aufgaben involvieren. Gerade für so Sachen wie Löschen von sensiblen Daten oder sowas, muss man das eigentlich auch schon fast machen. Also zumindest bei Enterprise-Strukturen ist das nicht selten. So, Data-Abstraction. Data-Abstraction kennt ihr vielleicht, naja, Richtung Programmierung, wer damit Erfahrung hat, müsste er für diese Serie im Prinzip nicht haben. Aber grundsätzlich ist es sehr, sehr eng mit dem Kapseln von einzelnen Zugriffen verbunden. Data-Abstraction meint so viel wie, zeig nach außen hin nur das, was du wirklich zur Verfügung stellen möchtest. Das hat nichts mit irgendwie Sicherheit zu tun. Also, das hat insofern schon was mit Sicherheit zu tun. Aber ich möchte nicht verhindern, dass irgendjemand irgendwas machen kann. Das funktioniert nicht durch Data-Abstraction. Man kann immer davon ausgehen, dass es Wege drumherum gibt. Aber ich möchte die Komplexität dadurch reduzieren. Das heißt, ich sage quasi, hey, nach außen hin stellt meine API hier nur zur Verfügung, dass die Kurse angesehen werden. Ja, dass ich zum Beispiel nicht die Kurse verändern kann, wenn ich das gar nicht sollte. Wenn ich allerdings eine Möglichkeit brauche, um Kurse zu verändern, muss ich das natürlich bereitstellen. Aber dann sollte ich nicht bereitstellen, dass man zum Beispiel ein Video ersetzen kann durch ein anderes, wenn ich das nicht brauche. Daraus sollte ich immer nur das bereitstellen, was ich auch wirklich brauche. Der Sinn davon ist natürlich, klar, man möchte möglichst Verwirrung vermeiden und dadurch halt auch einfach Fehler vermeiden. Und ja, wie gesagt, ist sehr, sehr ähnlich wie das Kapselungsprinzip, was wir auch aus der objektorientierten Programmierung kennen. Und eben selbiges Prinzip sollte eigentlich auch für meine Rollen gelten. Wenn ich am Ende wenige Ressourcen oder viele Ressourcen zusammenfassen kann in eine Rolle, dann sollte ich das auch immer tun. Während wenn ich eben die Rollen natürlich aufteilen muss, dann sollte ich auch das immer tun. Das heißt, so wenig wie möglich Komplexität, aber so viel wie nötig. Also Komplexität und natürlich Privilegien bzw. Rechte genauso. Und ja, das sind eigentlich auch schon die grundlegenden Ideen von Role-Based Access Control bzw. RBAC. Und wir schauen uns dann beim nächsten Mal, wahrscheinlich noch nicht, aber bei den Videos, die darauf folgen, einmal ein Beispiel an, wie das auch wirklich in der Praxis aussieht. Wie gesagt, wenn ihr hier Beispiele euch wünscht, immer gerne her damit. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.